Ja, wie schön, wenn man das sagen kann. Ein anderes tolles Liebespaar lernen wir jetzt kennen. Kaum zu glauben, was die erlebt haben. Und damit beginnen unsere drei Geschichten aus dem Land, kurz und bunt. Sie sind 67 und 72 Jahre jung und tanzen ist ihre Leidenschaft. Nelia und Dietmar Ehrentraut aus Durmersheim haben sich dem Rockabilly verschrieben. Seit 50 Jahren sind sie ein Paar und haben es nun sogar in das neue Video von Weltstar Ed Sheeran geschafft. Als der Anruf der Produktionsfirma kam, konnten sie es zuerst gar nicht glauben. Aber dann ging alles ganz schnell. Klar, wir haben den Tisch weggeräumt und den Teppich und dann haben wir das da getanzt. Liebespaare aus aller Welt sind da zu sehen und die Ehrentrauts zeigen, was sie so drauf haben. Ich fand das toll. Das ist jetzt gerade so ein Video, wo die Partnerschaft zeigt und das Tanzen und das Zusammenspiel. Ja, Tanzen ist ihr Rezept für eine lange Ehe. Um fit zu bleiben, wird zweimal pro Woche trainiert. Mit ihrem Hobby sind die Ehrentrauts auch im Netzkult. Ein YouTube-Video von 2017 zeigt die beiden bei einem Tanzturnier in Landshut. Über 63 Millionen Mal wurden Dietmar und Nelia mit ihrem Boogie-Woogie geklickt. Das hat dann wohl auch Ed Sheeran inspiriert.